So ein Kreditkartenmesser, das kennst sicher, hast sicher schon einmal gesehen. Die Idee ist, dass man das ins Portemonnaie geben kann. Wiegt nicht viel, braucht nicht viel Platz, ist ja nur so groß wie eine Kreditkarte, klackt man dann zusammen und man hat eine durchaus brauchbare Klinge. Ob das wirklich was ist, ob du das als Elysee auf jeden Fall mithaben solltest, oder vielleicht doch nicht, das finden wir gemeinsam raus. Hallo und willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival-Shop-Ibel-Inskund. Schön, dass du dabei bist. Kreditkartenmesser. Warum mache ich das Video überhaupt? Auf Instagram hat mir einer eine Frage gestellt. Und zwar, wenn du mir auch Fragen stellen willst, bitte nicht anrufen oder E-Mail oder sonst was, sondern bitte besuch mich auf Instagram, sage ich dann nachher, wie das funktioniert. Und da wurde mir die Frage gestellt, du, René, was ist das beste Messer in einer Survival-Situation? Und ich stelle die Frage zurück, du, das ist cool, aber was meinst du? Was verstehst du unter Survival-Situation? Das ist ja doch ein relativ breites Spektrum. Habe ich einen Notfall in der Natur? Und in welcher Natur habe ich den? Bin ich hier in Mitteleuropa? Oder bin ich in Alaska verschluckt? Was ist das für ein Notfall? Haben wir verirrt? Habe ich in einem Erste-Hilfe-Notfall? Bin ich in einer urbanen Situation? Was kann es da sein? Ja, ich kann mich verletzt haben, wieder Erste-Hilfe oder einen internen Notfall haben. Oder, ja, was, ich habe eine Selbstverteidigungssituation. In allen Situationen ist das hier sicher nicht die erste Wahl. Es ist manchmal besser als nichts, aber es ist nicht die erste Wahl. Es ist ein fauler Kompromiss, der zumindest scharf ist. Genau so ist es. Wir werden es dann nachher auch testen. Der Punkt dabei ist, das ist halt alles nicht recht stabil. Das ist alles irgendwie nur so ein Plastik-Klumpert. Das Messer hängt nur an dieser kleinen Stelle hier. Da ist es verbunden mit dem Plastik oder mit dem Kunststoff. So, jetzt wird das da in den Griff reingebaut. Dann hat man hier einen kleinen Guard zum Schnitzen. Werden wir dann alles noch tun. Also schau. Du kannst Kleinigkeit damit tun, aber mehr schon nicht. Und die Frage ist halt, wäre es da nicht gescheiter, wenn ich sage, das ist mein EDC, mein Überlebensmesser, dass ich dann einsetze, wenn ich wirklich ein volles Problem habe. Verlasse ich mich dann auf so eine Plastik-Scheibe? Quadratische Scheibe. Oder rechteckige Scheibe. Nein, also was soll das? Es ist besser als nichts. Ich habe es ja selber auch. Ich habe es selber auch dabei. Aber das als einziges EDC. Überhaupt kein Thema. Und da ist immer wieder die Frage, wenn ich das höre, EDC-Messer, bla bla bla. Was bedeutet das für dich? Was willst du eigentlich tun? Von welchem Szenario gehst du eigentlich aus? Wovon sprechen wir? Sprechen wir, um hier, weiß ich nicht, einen Messerangriff abzuwehren? Wobei ein Messer mit einem Messerangriff abwehren sowieso ein Blödsinn ist. Aber egal. Will ich damit einen Baum fällen da hinten? Will ich damit in Alaska als Trapper überleben? Möchte ich damit ein Reh aufbrechen? Oder möchte ich ganz einfach mein Paket, wo ich ein richtiges Messer zugeschickt gekriegt habe von Amazon oder einem anderen Händler, damit aufschneiden? Also genau das ist der Punkt. Also wenn wir uns von dem endlich befreien könnten, dass ein EDC einfach alles hat und dass wir realistisch in der Situation, in die wir kommen können, das EDC anpassen, dann werden wir Kreditkartenmesser einfach nicht brauchen. Aber ich werde es dann nachher noch auch für dich testen. So, und nochmal, wenn du mir auch eine Frage stellen willst, dann besuch mich auf Instagram. Da gibt es die Story, in dieser Story, da klickst du drauf. Da stehe ich dann da und da steht dann oben, stelle mir eine Frage, dann gibst du die Frage ein und dann habe ich die Möglichkeit, entweder zurückzuschreiben, ein Bild zu machen oder ein kurzes Video, das ungefähr, glaube ich, 30 Sekunden kann das maximal dauern und darauf antworte ich. Und es ist eine schöne Sammlung. Also bitte besuch mich auf Instagram. Dort werde ich Fragen beantworten, überall sonst nicht, weil ich sonst einfach nicht mehr zurechtkomme. Und jetzt arbeiten wir was. Ja, ich habe da sowas, ein Grünzeug abgeschnitten, hast du sowas schon einmal gesehen. Auf der einen Seite grün der Stamm, auf der anderen Seite rot. Da, wo die Sonne immer hinleuchtet, da wird er rot, da bildet er Anthociane für die Streber unter uns. Das heißt, man kann den Sonnenlauf anhand dieser Pflanze, es gibt viele andere Pflanzen, die das auch können, oder einige Pflanzen, die das auch können, das ist der Beifuß. Und der Beifuß, das ist nicht nur ein Tee für Frauen oder für andere, die ein Magenproblem haben und ein bisschen Bitterstoffe aufnehmen wollen oder entkrampfen wollen oder sowas, sondern der ist ein super Handtrill-Mechanismus. Nämlich der Bohrer für den Handtrill. Ah, übrigens, wenn du auf Naturüberleben stehst, habe ich auch was für dich. Billige Eigenwerbung, 10 Survival-Regeln. Das Buch gibt es kostenlos. Handling und Versand müsstest du zahlen, aber das Buch, das kriegst du umsonst. Schon auf meiner Webseite vorbei. Aber wie dem auch sei, wie dem auch sei, da ist dieses Messer mal gerade okay, um da hier mal mitzuarbeiten. Schau mal, der hat eine ganz lustige Gabel, das sehe ich erst jetzt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Naja, wurscht, dann schneiden wir es gleich ab. Das ist eine gute Länge, für mich zumindest. Jeder hat hier andere Proportionen. Ich nehme ungefähr für den Handtrill Handlänge. Manche nehmen es länger, manche auch kürzer. Das kann auch sein, du kannst den ja auch, wenn er dicker ist. Besonders bei der Königskerze geht das schön, weil das richtig schöne dicke Teile, Stämme macht. Ja, kannst du es auch zum Beispiel dann für den Bootwheel verwenden. Also wenn dich das Thema grundsätzlich Naturüberleben interessiert, dann schau auch bei mir mal vorbei. Es gibt immer wieder schöne Kurse bei mir, Online-Kurse, Online-Coachings, wo wir dich auf einen guten Survival-Level bringen. Aber das an einer anderen Stelle. So, den Peak studiert dann auch ein bisschen gerade. Und für das ist das Messer ja gerade okay, also es schneidet ja was. Die ganzen Wuchsknoten oder wo die Blätter rauskommen sind, die gebe ich weg. Man kann auch hergehen, wenn du da drüber fährst und merkst, oh ja, das macht das Messer auch schön. Schau, macht alles mit, das ist alles schön. Nicht zu glatt machen, wenn du wirklich den Handtrill herstellen willst. Weil, das ist zumindest meine Erfahrung, aber da hat ja jeder andere Möglichkeiten. Unser Feuergott, der die Survival-Trainer-Ausbildung bei mir gemacht hat, der Herr Wolfgang, unser Feuergott, der hat es ganz glatt. Ja, jeder wie er mag. Auf jeden Fall, der ist auch von Natur aus relativ gerad. Kann man dann noch einmal nachbiegen. Also solche Kleinigkeiten sind einmal mit dem Messer auf jeden Fall okay. Aber jetzt wollen wir uns einmal, wow, ein echtes Holzwagen. Ja, das ist der Buchenscheid. Und da kann ich natürlich auch runterschnitzen, das funktioniert natürlich auch alles. Nur ich merke, dass das halt eine instabile Sache ist. Und für einen Sicherheitsfanatiker, Sicherheitskonstruktiv-Paranoiker, wie ich bin, ist das, wenn das so hin und her wackelt. Und so hin und sich hin und her bewegt. Irgendwie so der Moment, wo ich sage, will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Es gibt die Swisscard. Die habe ich auch, wenn dich das interessiert, kann ich auch einmal ein Video dazu machen mit meiner Swisscard. Da ist ein kleines Messer dabei, viel, viel kleiner. Aber dem traue ich mehr zu auf Dauer als diesen Teilchen hier. Aber ja, so soll es sein. Für eine Kleinigkeit ist das hier auch okay. Und es ist ja jetzt gar nicht einmal so schlecht. Es gibt besseres, aber es gibt auch schlechteres. Aber dafür, dass es kein Gewicht hat, ist es okay. Eine Sache noch. Uns muss eines bewusst sein. Und ich habe das schon, also das hier nicht, aber ich habe diese Kreditkartenmesser schon sehr, sehr lange Zeit. Und ich kann dir nur Folgendes sagen, das ist nichts für die Ewigkeit. Das ist einmal ein, ich lege es wohin, gebe es in meinen Geldbörsen oder wo auch immer und dann vergesse ich es. Und dann kommt der Tag, wo ich sage, jetzt brauche ich es. Und wenn ich ein Paket aufschneide, wo dann ein echtes Messer drin ist, das ich dann wirklich brauchen kann, dann kann ich das mit dem aufmachen und freue mich. Da brauche ich es nicht aufnagen. Ach, aufbeißen, das Paket kann ich dann mit dem machen und dann packe ich es wieder weg und dann nehme ich das richtige Messer raus. Aber umso öfter du das auf und zu machst und hin und her, umso klappriger wird die Sache. Und umso härter du es ran nimmst, das heißt, umso härter das Material ist, an dem du arbeitest, wird das Teil natürlich dann auch mit der Zeit immer wackeliger. Das hier, das habe ich schon einige Mal im Einsatz gehabt, ich kann jetzt nicht sagen wie oft, aber das wackelt schon und das will schon nicht mehr. Also das muss uns ganz einfach klar sein, dass das kein Teil für die Ewigkeit ist. Mein Victorinox-Messer oder eines meiner Victorinox-Messer habe ich von meinem Papa geerbt. Also wird von Generationen weitergegeben und wenn ich darauf aufpasse und es nicht verliere, kann ich es meinem Sohn weitergeben oder meiner Tochter oder wen auch immer. Aber das ist eine Chance mit Gewasteln, das hält einfach nicht lang. Aber dafür ist es auch nicht gemacht und daher hat es einen anderen Preis. Das war es. Nichts gegen die Sache grundsätzlich. Aber wenn wir EDC sagen, dann müssen wir uns immer überlegen, was soll das eigentlich bedeuten? Dann müssen wir immer anpassen an unsere Situation. Was ist eine Survival-Situation? Was ist das eigentlich wirklich? Was sind realistische Überlebenssituationen? Dass die Zombie mich angreifen und dass da jetzt, weiß ich nicht, ein Raumschiff kommt und die mich angreifen. Wenn das in deiner Realität ist, dann musst du dich auf das vorbereiten. Wenn es ein Erste-Hilfe-Notfall ist, dann wird dir das nicht weiterhelfen, sondern dann muss etwas anderes sein. Wenn es eine Selbstverteidigungssituation ist, mit der du rechnest, dann wirst du auch nicht mit einem Kreditkartenmesser umhergehen. Das ist besser als nichts, aber mehr auch schon nicht. Fertig. Wenn du mir Fragen stellen willst, noch einmal, ich fordere dich nochmal auf, geh zu Instagram, dort kannst du das tun. Freue ich mich schon. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, ein Abo, ein anderes Video. Hat mich gefreut. Dein René Rossmann, bis bald und ciao.